freude mehr oder weniger gerade im moment weil der anfang war schon relativ gut dafür dass ein echten anfang ist aber gut bei mir ist jetzt zwar ein bisschen überbelichtet muss ich ganz klar sagen aber hauptsache bei euch passt die quali das ist mir lieber weil eure quali gibt mir gerade vor eine figur von unserer freundin eine figur von einem anderen mädchen oder von unserer freundin als kind ich weiß es nicht nein was haben wir hier ich bin creepy und zwar schon auf dem bild ich würde mich jetzt trotzdem noch mal kurz die drinnen umschauen auch wenn unsere freundin hier wahrscheinlich gerade halb aufgegessen wird aber das muss schon sein ein bisschen umschauen ist immer gut aber wir haben echt ein riesenhaus dafür dass es von außen so klein aussah hallo was geht ich denke am sonntag bei mir krank laut ich hoffe bei euch geht einigermaßen ok ich weiß nichts ob ihr what the fuck Leute mich hat es gerade aus dem spiel raus gehämmert aber nur aus dem einen menü das hat sich gerade aus dem spiel raus gehauen ich verstehe es gerade nicht so wirklich ehrlich gesagt aber gut es ist jetzt auch day one von daher ist mir jetzt auch darf das mal passieren einmal ok aber es ist irgendwie es wurde nur minimiert karte des hauses perfekt und die ist echt auf m ich verstehe nicht wie die das game in dem kleinen haus machen wollen ich verstehe es ehrlich nicht leute da duscht man doch gerne jeden morgen erste hilfe was ich noch ansprechen wollte ich finde es wieder richtig geil dass die wieder auf so ein altes resident evil gegangen sind ok da drin wird zu sein weil die alten resident evil teile zum beispiel resident evil 6 habe ich auch gespielt aber gut dass wir vorhin perfekt hoch sehen konnten aber jetzt nicht mehr runter sehen können sagt die help me oder wetten das ist die oma wetten wir what the fuck ok das ist nicht die oma wir kranken ok lauf bist du unsere freunde oh fuck als ob wir gerade gestorben sind ah ne warte 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 Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Ah, das Hilfersteil verwenden. Gut, dass ich die Tasche auf dem PC ausfindig kann. Das vereinfacht das Ganze ungemein. Benutzen, oder was müssen wir denn mit dem Zeug? Ach, einfach drüber klären. Das regelt alles. Boah, ist das game-krank. Ich kann kotzen. Können wir dir helfen, oder? Nicht schon wieder. Als ob wir uns eine eigene Freundin umbringen. Oh, shit. Ey, wie viel hält ihr denn aus? Boah. Ich hab gedacht, es gibt keine Zombies, meine Resident Evil 7. Das war doch zu 100% ein Zombie, oder? Wenn nicht, dann haben wir größere Probleme. Aber Hauptsache, wir sind wieder komplett down. Falls jemand gerade den Stream schaut, dann müsste er mir kurz sagen, ob der Sound einigermaßen stimmt. Warte mal, Leute. Ich mute mich mal ganz kurz. Das gefällt mir nicht. Also, ich kann mich mal ganz kurz aus. Also, ich kann mich mal ganz kurz aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020